Ho, ho, ho. Fröhliche Weihnachten. Hallo Community. Hallo. Hallo. Wir wünschen euch allen ein frohes Weihnachtsfest. Ja. Ja. Viele schöne Stunden mit eurer Familie. Ja, lasst euch reich beschenken. Hoffentlich viele Spiele dabei. Vielleicht, das eine oder andere Lenkrad wird bestimmt dieses Jahr verschenkt. Ja, ich denke auch. So oft wie wir es lesen. Ich habe mir das gewünscht und es ist leider ausverkauft. Das Wichtigste für deine Community noch zum Schluss? Es gibt Videos. Ich weiß nicht, ob es das Wichtigste ist. Doch, bestimmt interessiert es. Ansonsten gibt es eigentlich nichts zu erzählen. Bei uns gibt es lecker Essen morgen. Oder heute. Für euch ist ja heute. Wir nehmen das gerade um 22.12 Uhr auf. Also gestern. Und ja, wir wünschen dann euch allen ein frohes Fest. Ja. Und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Vielen Dank.